5000 stunden der arena kampf wird erst 2016 kommen wie viele stunden hat eigentlich so ein jahr hallo liebes guss hast du ein item für mich nein wie unhöflich du hast mir kein geschenk mitgebracht das finde ich aber gar nicht okay dafür töten sie sich selber mit ihren eigenen attacken auch jetzt kommt ja die liebesgusswelle natürlich Oh Gott, warum hast du lang gebraucht? Hättest du nicht vorkommen können? Wir haben noch keine Zeit! Ja, genau! Perfekt! Ja, genau! Wo ist keine Herdschuppe für mich? Das finde ich aber gar nicht nett. Wie viel Pech muss man haben? Es ist eine 50-prozentige Chance auf eine Herzschuppe. Das 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 ist eine 50-prozentige Chance auf eine Herzschuppe. Jetzt kommen die ganzen Wallmer, ne? Hier jetzt, wo Viktoria vorne ist. Ein Spiegelei. Levelt einfach mit. Guckt zu und kriegt Erfahrung dabei. Keine Herzschupe für mich. Das geht aber nicht. Das ist die spannendste Trainingseinheit, die ich je hatte. Juhu. Man müsste mit der Super Angel eigentlich eine hundertprozentige Chance haben, was zu angeln. Es ist immer die Super Angel. Moment, das kannst doch du machen. Wie sieht's mit Zerfa aus? Ich seh eigentlich neutral auf dich. Biskus! Ich seh schon wieder eine Anziehung auf mich zu kommen. That's what she said! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lass mich raten. Anziehung. Aber das ist Victoria egal. Victoria macht dich trotzdem fertig. Beziehungsweise haut dir auch's Maul mit Raub. Aber das nur von den Männlichen kommt. Die Weiblichen sind schlau und setzen nicht Dings ein. Oh. Könnt ihr mal sehen. Ich war jetzt gerade so aus von Irrational, dass ich Weibuch gehalten habe. Hm. hmmm Yippo! Nicht super Ach, Corson Herr Surfer Und Level 39 Juhu Wie viel brauchst du bis 40? 1024 So viele Male können wir noch Erdschuppen farmen Wie viele habe ich eigentlich gerade? Hast du so gefragt? Neun Stück Also neun Pokémon könnten wir schon mit neun Attacken beglücken Glückwünschen Durch den Attacken Leer, Leer Wie ist der Typ so? Einen Raum habe ich noch Möte Das ist der Typ Das ist der Typ Das ist der Typ Ich bin fast Wollt Ich bin fast Lass mich Die durfte ich schon ablegen. Oder? Ich muss ja meine wasseranfälligen Pokémon runter... ...dann ich dann woanders trainieren muss. Malu, ich habe gehört, du wirst die HW-Arena wegrocken. Kommt, Gift-Ersatz für das Gift-Pokémon. Jetzt möchte ich euch noch kurz höher. Zwei höher. Da ist noch eine Herb. Erzschuppe. Und ich muss... Na. Heute. Da. Ah. Bescheid. Ah... Ah. Min. Ah. Oh. Coil denkt sich auch, du wagst es, ein zweiter Team Pokémon, das eine Flugschwäche hat, mit einer Flugattacke anzugreifen? Zerstörung! Korason! So far. Das war's. Das war's. Das kommt ja mit Genesung an. Ich kann schon sehen, wo uns das hinführt. Ich kann schon sehen, wo uns das hinführt. Liebes Kuss! Lass mich raten, Anziehung! Oh! Nein! Wie überraschend! Was geschah? Du bist ja gar nicht schlau. Dachtest du, du wärst weiblich, hä? Falsch gedacht! Falsch gedacht! Du bist ja gar nicht schlau. Ah, wie freundlich! Ja, und wie danke ich es dir, indem ich dich töte? Ja, aber tut mir leid! Ich brauche die Erfahrungspunkte! Beziehungsweise Viktoria! Ich hab grad einen Fail gemacht. Ich hab die Herzschuppe nicht... Ne? Ja. Genau. Ist auch so möglich. Da sind alle nöt... Elf herzschuppen schon. Und ich sitze schon gleich eine Stunde an diesem verfickten Trainingsvideo. Und was haben wir bisher geschafft? Midori ist als einzige schon fertig. Coil ist so gut wie fertig. Coil ist fertig! Oder auch nicht, denn die Erfahrung wird geteilt. Sonst hätte ich es gereicht. Aber nur im Rechtsbereich hat es nicht gereicht. Ach, okay. Coil ist auch so gut wie fertig. Steht kurz davor, fertig zu werden. Guck, guck. Genau, das ist großartig. Und wir haben ganz viel Härte. Schuppen geklaut. Gefarmt! Da kann ich jetzt 40 Pokémon versorgen. Fass. Obwohl, das ist ja glaube ich jetzt mal meine 12. Herzstruppe ist, aber 13. Ich hasse diese Wasserrouten. Hab ich das schon mal gesagt? Du willst also Coil zu seinem Level-Up verhelfen. Und Coil reicht Level 40! Ich hatte gerade drei Pokémon im Team. Ordentliche Psycho-Schwäche. Ich weiß nicht. Schwächmer leak. Ich muss ätbia sein. Kann ich selbst mal kurz holen. Schwerst du die Augen? Baby! Und biskurs! Wow! Geht das, Viktoria! Was ist die Frage? 53 Verteidigungen Du hast Fai-Pu ein bisschen besser ausgelastet. Fai-Pu! Du hast wirklich keine Lust, oder? Wollte eigentlich auf den Beutel gehen, Chicken. Mach doch nicht alles so schnell. Du bist heute total unkonzentriert. Ich schieb das einfach mal auf die Uhrzeit. Spät haben wir gerade? Halb acht fast. Jetzt aber, zweiter Versuch. Ich hab grad'n Déjà-vu. Das kam letztes Mal nicht. Na, das kam letztes Mal. Oh Gott, ey! Habe ich dann auch noch irgendwelche Pflanzen-Pokémon? Ja, das kam. Ich bin jetzt mal ein bisschen. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt ein bisschen� .. Und wer hast mich gefunden. Ich bin einfach mal fertig. InGER Ortfum. Ja, jeder�� hat den Savark ausgelastet票. Nein, nein! Ich bin super bereit, aber nicht sinken. Ich bin so ein lên! Ich bin klar undato und solltend. Ah, fast 6.30. Das ist mal ein Auto. Nein, gut. Immer schön nachgucken. Man vergisst ja gerne schnell das Ding. Besonders wenn man nebenbei dem Spiel noch kommentiert. Hat man seine Augen und Ohren nicht die Wahl. Und sein Erinnerungsvermögen. Ist recht nicht. Dann konzentriert man sich lieber auf andere Dinge. Was ist da gerade passiert? Waren da echt zweimal Volltreffer und habt ihr wirklich fünfmal getroffen? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gerade erstarrt zu einer Eissäule. Okay, gegen Corazon kämpfe ich nicht mehr. So muss ich Clay gefühlt haben. War das jetzt ein Wink mit dem Zaunpfeil? Ey Chicken, du musst noch Clay... Hier. Wenn du das machen, was du noch nicht gemacht hast. Weil ich nicht weiß, wie ich das realisieren soll. Ich hab zwar so eine grobe Vorstellung, aber... Gut, dass kein dritter Volltreffer kam. Oh ja. Victoria. Victoria. Victoria wird immer siegreich sein. Dafür steht sie mit ihrem Namen. Gehört dieser Spruch nicht auch zu dieser Brille-Fielmann-Werbung? Oder so ähnlich? Zu irgendeiner Fernsehwerbung? Ich weiß es nicht. Ich guck keinen Fernseh mehr. Ich dachte, ich bin nur Schrott. Noch vier Liebesgrüste kann ich beklauen. Wow, das war jetzt die Rache für den Volltreffer vorhin. Durch Corazon. Victoria, bist du nachtragend? Aber Liebesgruß hatte ich doch gar nichts getan. Warte, wie viel fehlt dir noch an? Erfahrungspöntchen. Jetzt sind wir allein 70. Ach komm, das kriegen wir schon hin, bevor wir ins Poges hintermüssen. Du schon wieder. Aus Reflex wollte ich schon einen Keul rausholen. Wow. Aber Phaipu ist auch der Meinung, du brauchst Keul nicht. Du hast doch mich. Ja. Phaipu mischt sich hier in den Vordergrund. Du brauchst niemanden außer mich, Chicken. Oh, das denkt Phaipu. Das ist ein ergreifendes Etwas. Das ist ein ergreifendes Dantakelmonster. Nein, Corazon. Nein, Corazon. Ich hab'n Trauma jetzt. Korallen sind böse. Und Spiegel erreicht Level 37. Du schon wieder. Und wieder. Hahahaha! Achtung! Nicht, dass hinterher noch böse Sachen von einem Volltreffer kommen. Ich glaube zwar nicht, dass Liebeskuss jetzt mit einem Volltreffer-Fallpo töten könnte, aber irgendwie finde ich das englische Sprichwort besser als das deutsche Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Vierundvierzig. So, Kohl, wenn ich das mal auf dem Team behalten soll, so als kleinen Notfall gegen Wasser-Pokémon. Dann bekommen wir als nächstes. Komm, ein kleiner Schmetter. Obwohl, das ist auch so frech, ne? Wie sieht das aus? Und zum Beispiel Giftdauertakten auf Gewe-Pokémon. Gift. Neutral. Okay. Gibt es ein Item? Dann gebe ich dir den... 17 Herzschuppen habe ich. Halleluja! Gehen wir zur Küstenhöhle, diese böse Höhle. Ich bin nicht verarscht. Hm. Siemokis. 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 Wie brauchst du eigentlich deine spezielle Verteilung? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht hoch, aber... 79. Okay. Muss gehen. Muss ja. Okay. Hier werde ich nicht mit Verfaller trainieren. Wird mir gerade die Augen geöffnet. zu was. Sag mal, mobst du mich? Das ist doch jetzt ein Trolling. Ich kann's nicht trolling. Ich kann es nicht trolling. Ich kann's nicht trolling. Das ist egal, ob ich Pestboiler. Vielleicht ist ihr ja doch kein guter Ort zum Leveln. Zuberts. Ah, von Zuberts. Überall ist es so scheiße zum Leveln, zum Trainieren. Wir checken mal auf deine kleine Spielwiese, nur für sich alleine. Dass es vernünftige Pokémon gibt. Ich habe zwar gerade nicht gelesen, welchen Wert du mir gesenkt hast, aber... Ah, ich schluch's eigentlich so im Wasser auf. Na ja klar, na ja klar. Oh, oh, oh. Hmm. So... Level 15. Die süße Erfahrung.